Hallo Lara, wie geht es dir? Gut, und ihn? Mir auch. Ich hatte mal eine Frage, könnte ich heute vielleicht vorbeikommen? Ich muss mit Ihnen reden. Ja klar, du kannst gerne vorbeikommen. Okay, danke schön, bis später, tschüss. Etwas später. Hallo. Hallo. Was ich dir noch sagen wollte, Lella hat gar nichts mehr mit mir und ist nur noch am Handy. Oh ja, das geht nicht mehr so weiter. Wir müssen sie in ein Anti-Handy-Camp schicken. Lella, wir müssen reden. Du bist ständig nur am Handy und schreibst rechte Noten. Geh mein Handy wieder zurück. Dein Handy ist nicht dein bester Freund. Ich brauche niemanden außer mein Handy. Was du brauchst ist ein Anti-Handy-Camp. Ich komme nicht mit meiner Tochter klar. Meine Tochter, Handy, süchtig! Ja, hier sind sie richtig. Ich bin der Joachim, der Campleiter. Ja, ich werde ihrer Tochter. Einmal her damit. So was gibt es bei uns hier nicht. Danke, dass ihr mich zum Camp geschickt habt. Ich fühle dich sehr, sehr froh, dass ihr meine Familie seid. Outtakes! Meine Tochter, hinsichtlich! Du helfe meine Tochter! Bitte! Ole! Action! Ich komme nicht mehr mit meiner Tochter klar. Meine Tochter, Handy, süchtig! Du helfe meine Tochter! Sie ist behindert!